ja hallo freunde der sonne ich hatte ja gesagt dass ich den dünger kaufen gehe aber den das offline mache aber jetzt bin ich ja hier im dorf und ich wollte auch die questen annehmen wollte mal gucken was dort so los ist jetzt schauen wir auch mal nach ein paar neuen arbeitern hier sind ja wieder einige leute da 123 frauen zwei männer die schauen mal was wir platz haben in uns drauf ich glaube viel platz ist da nicht es wäre nur in den außenposten und in der ersten bude platz deswegen wir können die ja schon holen dann sind die halt in den falschen hütten müssen dann auf dem wenn wir jetzt nichts mehr im dorf zurück sind gleich mal zwei 34 neue buden bauen schauen wir mal was haben die mädels denn und jungs hier so gehen wir mal so hin so sie ist gut sie ist gut sie ist gut ja landwirtschaft und hier was war das andere wie heißt das andere nach produktion ist das produktion das zeichen fertigkeiten das ist das macht die fischern fischer fischerei symbol nach name so ist das nur fischerei ne kräuterkundler und fischer sammeln egal aber können sie für mehrere sachen ein war ja du kommst mit so was haben die anderen herrn herrn jetzt 4 3 dort kommt es nicht so gut und nicht Es ist leicht, mit mir zu sprechen. Ich mag einfach nicht die Gespräche über das Wetter. Du kannst in die Landwirtschaft mit rein. Hier geht es sowieso gerade ab. Und du auch. Alter der ist ja... Du kommst ja auch in die erste Bude rein. 20 und 30. Oh weia, dass die Frauen nicht mehr älter sind! Du darfst auch mit dem Feld schuppen. da geht es gerade richtig ab so, dann kaufen wir mal Dünger und schauen uns die Questen an ach, wir könnten uns ja mal heilen, ne mit unserem Breitwegericht in den Jahren so alles klar denen auch gleich Sachen mitnehmen können zum Verkaufen, hab ich auch nicht geschaut das ist jetzt alles hier, zack zack einhundert Gänse oh, Löwenzahn, Löwenzahn ich habe das Gefühl hier das haben wir breitwegericht treten wir Löwenzahn schön ähm, wo wollen wir was kaufen wir wollen hier bei ihm, ne oh, du hast Dünger du hast Dünger ähm, hier, nein, da er hat Dünger du hast Dünger du hast Dünger kaufen wir mal alles und den Dünger auch ja, das wird ja nicht schlecht, ne und die Kohle haben wir auch aber jetzt sind wir überladen noch und das unser und dann haben wir so wenig gehört nehmen wir auch nochmal 20 mit so äh auch mit einsam weiß jetzt gar nicht nur 20 um trocken kommen wie vieles an 50 glaube ich weizenkorn Zwiebeln der Art Zwiebeln hat mir auch nichts nehmen wir gleich nur 30 mit so um ok können wir noch was mitnehmen wir können noch ein bisschen was Tierfutter stimmt wir wollen ja das mit den Hühnern machen können wir gleich mal ein bisschen Tierfutter mitnehmen 21 20 wird das Tierfutter schlecht ich weiß es gar nicht wir nehmen mal 20 20 20 so dass das das dann wieder zurück für mich überladen 8 die Questen du 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 schon mal was gibt es hier Christen wir können ja jetzt alle mitnehmen das ist der Kastellan wieder so ein Schlagwort was gibt's hier so das nehmen wir mit verdobenes Stock Stammstroh ist auch easy Oh Gott was alter 1764 Münzen Nehmen wir mit und Bronze haben Jo dann wissen wir ja schon was wir als nächstes tun müssen die Sachen haben wir alle vorhanden vorredig um gut wir sind überladen das dauert jetzt ein bisschen wieder zurück sind ich sag schon mal bis gleich Jo da sind wir auch wieder kurz vorm Dorf die letzten Meter in die Scheune in den Lagerschuppen so laden wir mal das ganze Zeug Dünger können wir so abladen Leinsamen Mohnsam Tierfutter packe ich auch schon mal rein Zwiebelsamen so Rüstung in der Scheune macht Dünger so hab ich dann noch was gekauft nö ne so so Gewicht 25 Löwenzahn genau ich hab Löwenzahn gefunden so Ausdauertrank einmal den Eimer können wir auch abladen so dann gehen wir mal die Scheune machen da auch nochmal Dünger draus so so ähm Auszweitung wird ein Dünger Dünger so ok Tierfutter alles klar so so dann haben wir das ok Dünger haben wir 200 jetzt ähm ähm Tiere Kinder ähm Farnetics wir sind Locker 16 32 48 sind 150 ne 75 nja das wird dann für das hier alles reichen na 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 dann können wir wieder neu kaufen so was ist hier passiert aha rumgegraben das auch okay geht ja schon mal geht geht ja schon mal so dann können wir hier mal gleich doch einen hammer hat er den hammer dabei natürlich nicht natürlich nicht wir holen uns den hammer ja auch keine zeit zum und dann machen wir hier unsere straße weiter das ist das Feld so und dann unsere andere straße der Anschluss okay und dann nächster Weg und hier ja das Feld ist leicht versetzt nicht so toll aber naja und dann hier nochmal sind jetzt ein Sturm oder wie du stehst ja ganz schick so dann sind hier da zwei Felder ähm dann könnten wir dort die Näherei hin basteln und hier ein Hühnergehege so machen wir das und mir das gleich einzeichnen selbstverständlich sonst vergesse ich das wieder zack Produktion wir sind kurz davor Näherei 2 zu bauen ähm dann warten wir dann noch kurz ähm was brauchen wir dann Verwaltung Technologie Produktion ne ähm das heißt wir können wieder ein paar ähm ne das war Schmiede 2 ne China Stall Schweinestall Landwirtschaft oh wir sind kurz vorm Schweinestall ähm was war das denn genau ähm Herstellung von paar Holzwerkzeugen ja machen wir nach der Nacht schon wieder spät genug und es ist dunkel zack blöd alles klar und was war das bist du hä was hat er bei uns geschlafen das ist seltsam okay äh nicht weiter drüber nachdenken so was brauchen wir Holz äh wir haben Hammer dabei ähm schau was brauchen wir nicht ähm Messer auch nicht wir schnappen uns ein bisschen Holz 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 äh Holzstamm Jo fühlt sich fühlt sich ordentlich gut auch die Steine gefällt mir dann Holzstamm ähm 70 Kilo da geht noch ein bisschen was äh auf 120,39 sind äh äh hä dann ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher bretter bretter waren das ne wir müssen das komplett zu bretter umbauen ja so kommt immer das eine zum anderen ne jetzt wir wollen die Näherei bauen äh haben noch nicht mal eins gebaut sind aber jetzt gleich öh 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 sind sind aber gleich auf level 2 das ist doch schon mal sehr gut so Bergbank äh so was machen wir Pnolen oder oder Eimer wie machen wir Eimer nur oder Pnolen Eimer ich glaube das bringt beides äh nicht besonders aber ja machen wir mal 15 Eimer und den Rest mit die Pnolen so bestätigen Pnolen Pnolen sag ich immer so 600 Stück haben wir wieder so Gebäude freigeschalten Näherei 2 jawoll äh da zack Näherei 2 wir haben 750 52 Punkte passt ähm hier kommt dann auch gleich das nächste Haus auch richtig schick ähm Überlebenstechnik das dauert noch Landwirtschaft wir sind aber hier auch gleich soweit ach so ähm laden wir das Zeug mal schnell ab ja levin son levin son wehre mit jojau truee sow äh los zack jajajan truej Abladen. So. Einmal. Ähm, den Eimer auch. So. Den Lünnenzahn. So. Ähm, finden wir hier unseren Ausdauertrank oder wo ist der? Jo, hier. Vier Stück sind da. Oh, das läuft doch. So. Nehmen wir gleich mal einen. So. Ah, wir können gleich. Ähm, Haltstamm. Mitnehmen. Ähm. Nehmen wir mal so 30 Met. Ähm. Genauso wie Steine. Vorsichtshalber zwölf. Ähm. Ein bisschen. Stock. Und ein bisschen Stroh. Ich glaube das ist immer Stroh ist immer nur bei Stufe 1 geworden. Äh, jetzt hat er die Schaufel ausgepackt. So. Ich bin mal gespannt. Oh, da müssen wir drehen. So. Ähm. So ein bisschen. Wir gucken uns das von oben wieder an. Ja. So. Und hier kommt der Hühnerstall hin. Und dann mal über Hammer. Hammer haben wir jetzt diesmal auf der 3. Ah. Wir haben zu viele mit. So. So. Haben wir's vor dir dann. Ganz viel Holzstämme. Aha. Und am Dach. Brett. Stammbrett. Okay. Zack. Zack, Zack, Zack. Dann kann man. Stock und Stroh kann man dann gleich wieder auspacken. So, das wollen sie nicht und das wollen sie auch nicht, die auch nicht, aber, nö, nö, so, holt Stamm, ähm, achso, 88 Kilo, da war, gerade so, mhm, dann waren es ein paar abröttern, ja, ähm, so, okay, los geht's. Was hab ich denn gemacht, die Schweinestadt, ja, ach, das war jetzt wahrscheinlich vom Handwerken, jo, passt doch, ähm, zack, zack, oh nein, doch, hat zwei Holzstamm. Und dann finden wir hier bestimmt noch mal irgendwo auch eine Birke, so, Gänseblümchen, nein. Jetzt geht uns das Brennholz aus. Alles klar, dann müssen wir mal ein bisschen Brennholz machen. Ähm, hier, Holzstamm. So, da, und dann Brennholz. So, äh, Verwaltung, Brennholz. Oh, reicht nicht lange, aber immerhin. Wasser reicht auch noch, Nahrung ist auch noch gut. Wie ist die Zufriedenheit? Sie wächst. Ähm, ja, hätte ich gesagt, ja, war wieder ein gutes, eine gute runter. Und, äh, wir haben die Näherei 2 freigeschalten. Wir haben den Schweinestall freigeschalten. Und das heißt, juhu, juhu, ähm, wir müssen jetzt, äh, uns sputen, ein paar Hühner zu besorgen. Und Schweine. Also, Hühnerstall, Schweinestall, Hühnerstall wissen wir schon wohin. Neben der Näherei und dem Schweinestall. Jo, weiß ich noch nicht wohin. Aber da finden wir auch noch, finden wir auch noch einen Platz. Ähm, in dem Sinne, sag ich schon mal an diesem verregnenden Tag, ähm, ade, Blebschi. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Elmo. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.